Er ist weg! Der Mondmann ist weg! Mir war so langweilig auf dem Mond. Da kam ein Komet und ich bin mitgeflogen. Der Mondmann. Eine abenteuerliche Reise in das Universum der Fantasie. Glaubst du, er wird wiederkommen? Komm, tanz mit uns! So etwas habe ich noch nie gesehen. Seltsam, seltsam. Außerirdische. Hormund. Startklar. Der Präsident! Ich brauche die Rakete. So kann ich den Mond erholen. Ich bin doch der Mondmann. Nach dem Kinderbuch-Klassiker von Tomi Ungerer. Was für ein Phänomen. Mit den Stimmen von Ulrich Tukur. Ich kann es kaum erwarten. Corinna Hafuch. Guten Flug. Ulrich Nöten. Da war der Mondmann. Katharina Talbach. Könnt ihr mich nach Hause bringen? Und Tomi Ungerer. Und Tomi Ungerer. Pssst. Leise. Der Mondmann. Der war unglaublich. Papa, den müssen wir unbedingt noch mal anschauen. Ja, am besten gleich morgen. Cool. Putz. Conan. Puflion iceberg. Das war ja.